Musik 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 Ja, ich würde schon sagen, das kommt von meinem Klubwiesener in Shanghai also das ist ein bisschen darauf gesehen und zwar eigentlich aus wirklich ein Sklaven, das habe ich eigentlich sehr gut getrun und deswegen haben wir das Lied heute nochmal gespielt. Wir machen das jetzt nicht. Olli, du bist Jonas Wagner, Familie, wo ziehst du hin? Ja, ich zieh nach Hoffen an. Und wann werden dich die deutschen Zuschauer auf jeden Fall nochmal sehen? Bei den Schadenhofen werde ich mein letztes internationales zu mir spielen. Alles, alles und dort dein Baby, Oliver Roth!